Hallo, wir begrüßen Sie bei der Feuerwehrmüllhäuser Ehinge hier am 30. April, traditionell gemäß zum Stil des Maibaums. Die Technik zum Stille erklärt euch unser Kamerad Fabian Klöpfer. Also traditionell wird der Maibaum gestellt mit Schwalbe und sogenannten Stichern. Die Schwalbe sind zwei Stangen, die oben verbunden sind mit Seilern und die Stiche sind einfach eine Stange, wo oben zwei Metallspieße hat, wo der Baum nochmal gesichert wird, wenn man die Schwalbe nachnimmt. Man muss die immer nachnehmen, man fängt mit einer kleinen an und baut sich praktisch weiter den Weg hoch bis zur Großen und zum Schluss drückt man dann den Baum komplett noch ins Loch an. Und auf! Ganz piano, ganz piano! Ganz piano, langsam! Ganz piano, langsam! Ganz piano, langsam! So lange, klein weg! Das ist kein Stimme! Ganz piano, langsam! Ganz piano! Wir machen die kleine Schere weg. Die kleine Schere kommen wir weg. Wir machen die kleine Schere weg.